Und bitte. Ladies und Gentlemen, die Mutter aller Kilogramme. Wirst du nächste Woche zum Kiloseminar nach Paris? Du wirst Atome zählen, statt sie zu wiegen. Das ist mehr deine Generation. Ist dir klar, dass du unser Kilo mitnehmen musst nach Paris? Öffnen Sie das bitte. Nein, es ist nicht möglich. Man darf es nicht anfassen. Das Gewicht könnte sich verändern. Wir vom BIPM freuen uns außerordentlich, so viele Delegierte zu diesem Kiloseminar begrüßen zu dürfen. Der Mensch bestimmt die Definition von Gewichten. Aber es ist wichtig zu verstehen, welchen Effekt die Gewichtsdefinition auf den Menschen hat. Ist das das norwegische Kilo? Ja. Ganz schön schwer, oder? Die schwerste Last trägt der auf seinen Schultern, der nichts zu tragen hat. Ja. Es ist, als würden sich alle Fixpunkte in meinem Leben einfach auflösen. Unser Bedürfnis nach Fixpunkten soll nur dazu dienen, uns in Sicherheit zu wiegen. Wie viel wiegt dein Leben? Und die Liebe? Wie viel wiegt die, Maria? Wie viel wiegt die Liebe? Und die Liebe? Wie viel wiegt die Liebe? Wie gibt es